ich hoffe es passt alles, ich hoffe ihr seid gut durch den tag gekommen heute gute namen für die ton alles ok oder zu laut irgendwas dann muss das noch schnell umstellen bevor wir loslegen klaus meyer und da ist erstmal schon rico morgen rico kommen wir mit frühes aufstehen 1824 ist ja frühes ne ja wenn wir rico mal schnell was zum futter eingehen bevor wir loslegen wir wollen denn heute wieder mal zum industriegebiet da wo wir aufgehört haben letztens haben wir die ganzen fabriken aufgestellt ich habe da so mal zwischendurch schon auf vorbereitung getroffen naja das war ja bald ein unfall ich glaube heute habe ich ganz schön leckste drin so wie es aussieht aber schauen wir mal wie das sich entwickelt heute so dann sind wir mal schon da dann stellen wir so mal eine seite in hier ich habe erstmal die ganze fläche hier eingeeben die ganzen bäume hier weggenommen alles was noch so ein bisschen gestört hat naja so ein bisschen auch nähmeiden aber das machen wir dann alles noch aber der grundfläche ist alles ok und dann in dieser stelle muss ich mich jetzt mal gleich bedanken bei den ganzen leuten die mir hier folgen wie heißen die bitte batze geben also wollte damit sagen dass ich jetzt freigeschaltet bin und da das passiert natürlich nur dank euch ja hier haben wir noch einen hügel hier stand ich noch ein baum dann wollen wir das mal schnell weg machen naja wo ist er wo ist er wo ist er wobei nee da nicht na wo ist er ah da den müssen wir natürlich noch beseitigen ups nochmal so jetzt haben wir es ok wir müssen ein Ziel das am Teil so jetzt so jetzt jetzt machen wir das nochmal schnell glatt hier so perfekt so nun müssen wir natürlich schauen dass wir irgendwo hier eine Straße hinkriegen und ich würde sagen ich fange hier hinten an und zwar werde ich hier schauen ob das funktioniert wie ich das mir vorstelle dann müssen wir auf Landschaft dann müssen wir malen bestätigen und ich möchte hier da sieht das schon schön aus ein Kreisverkehr hinhaben weil hier hinten komme ich ja nicht weiter sehr gut so jetzt brauchen wir Beton oder Asphalt nehmen wir Beton machen wir das mal rund und drehen das mal machen das mal ein bisschen größer und fahren mal die Straße hier hoch das mal ganz Queridos da hab ich Stopp genau da geht es ja hoch zum dorf da wo ich wohne andere richtung ist ja die die verkaufsstelle da hinten das werden verkaufsstelle hoch und das kurz markieren das werde ich dann machen selbstverständlich und ich würde sagen das ist doch erstmal eine schöne straße an den kreis den kann man mal neu machen ist kein problem so die 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 Das ist richtig, das ist richtig. Das ist nicht so einfach. Wir haben nicht mehr gedacht. Jetzt gehen wir in die Mitte. Die Grün haben. Dann machen wir eine, nennt man das überhaupt eine Insel? Glaube ich nennt man das. Ich mach erstmal ein bisschen kleiner. Mal schauen. Jetzt fahren wir hier komplett einmal durch. Und dann müssen wir näher links und rechts ein bisschen breiter machen. Ich glaube ich kann aber ein bisschen rüder auf die andere Seite. So. Lassen wir das erstmal. Drehen wir nochmal. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Weil wir haben ja rechts, da haben wir ein bisschen mehr Platz. So werden wir das. So. Ich fahr mal hoch. Und Klaus. Den kannst du. Klaus. Klausi. Dirk. Ich weiß gar nicht, wie ich dich nennen soll hier. Einmal schalten, weil ich muss noch mal kurz aufs Klo. Ja. Muss ja auch mal sein, ne. Ich fahr mal bis zum Kreisverkehr hoch noch. Und dann bin ich gleich wieder da. Perfekt. Halt noch nicht. Gut. Ich bin gleich zurück. Dirk 2. Ich nenne dich Dirk 2. Moin Dirk 2. So. Wenn wir es mal. Jetzt sich zugeschaltet haben. Moin Moin. Wir sind bei Farmsammerlater 22. Und wir sind im Industriegebiet. Haben wir letztens die. Fabriken ja auch. Aufgestellt. Zucker. Milch. Und. Ja. Sägewerk. Alles was man so braucht. Und ich sag mal kurz. Groß Kaffee. Jetzt machen wir nochmal hoch. Ah, da wird alles näher noch. Bisschen feiner gemacht. Das ist gar nicht so einfach. So. Jetzt nehmen wir uns wieder den Klement. Dass wir vielleicht Taken Liberation spielen müssen. Musik Der kommt dann von da oben. Fährt hier drauf. Oh, die Breite passt. Können wir ja sehen, wenn man mit der LTAW fährt oder mit dem großen Trecker. Aber ich glaube von der Breite ist das erstmal schon okay. Ah, hier müssen wir noch ein bisschen verbreitern. Okay. Dann gleich. Dann müssen wir noch ein bisschen breiter machen. Dann abbremsen. Und dann kann man wieder zurück. Perfekt. Das stellen wir mal an der Seite hier, damit du nicht störst. Hallo Trabi, Anne. Grüß dich. Ich hoffe du hattest heute einen schönen Tag. Mit deinem Ehegatten. Nennen wir noch einmal Beton. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Aber man sieht schon, was es werden soll. Hier eine Baumallee hinzusetzen. Jetzt muss man natürlich überlegen. Was nimmt man? Da nimmt man so was. So einen großen. Das ist eine kleine Pappel. Die würde dann so aussehen. Und die dann, was weiß ich hier anfangen. Und dann bis zum nächsten Mal. Immer so alle zwei Meter. Immer so alle zwei Meter. So eine Baumallee setzt. Aber wir können ja noch mal schauen. Und wir können ja noch mal schauen. Hier haben wir die amerikanische Ulme. Hier haben wir die amerikanische Ulme. Oder die kanadische. Die wäre ein bisschen klein. Aber die sind ja wieder zu buschig. Aber die sind ja wieder zu buschig. Die würde schon gehen. Die würde schon einigermaßen. Oder so was kleines. Die ganz große. Also. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Wo war die? Da, 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 da. Die hier. Jo. Okay. Dann nehmen wir die. Wir fangen mal weiter vorne an. Nicht zu dicht. Zack. Zack. Warte mal. Ich werde noch was anders machen. Zack. Gehen wir mal hin. Ich werde mal eine Hilfslinie schaffen. Na, das ist nicht ganz, würde ich sagen, ne? Ne. Nicht ganz. Muss ich so. So. in der Hilfslinie machen. Damit man sieht. Wie das die alle in der Schiebung krumm werden. Aber so sieht das eigentlich schon. Ja. Da kann ich überhaupt sogar den. Unteren bloß nehmen. Wenn ich das so mache. Perfekt. Muss hier an der Erde drin stehen. So. Und wenn wir dann die Bäume nehmen. So. Große. Da. Und jetzt kann man das ja genau. In die Mitte rein stellen. Na, 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 na. Ein bisschen berühren, denn der hält nicht gleich an. So. So. Zeig mal. So könnte man das bauen. So. 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 Jetzt habe ich es. So. 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 really. So. 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 laufen halten, wie es hier weiter geht, was ich geschafft habe dann, so aber nun geht es weiter erst mal, so einfach, die große Pappel, so ungefähr den gleichen Abstand hinkriegen, ungefähr, jetzt müsste ich jetzt noch eine Maßbank nehmen, klein wenig den Joystick berühren, dann fährt er gleich Kilometer weit hier, ich wollte mir noch etwas anderes zeigen, und zwar gehen wir mal auf DECO, und zwar auf Lampen, und zwar haben wir naja hier Straßenlampen, schauen, nicht so viele, zum Beispiel so eine, das ist ja so eine kleine, so ein Strahler nicht, da haben sie aber keine schönen Straßenlampe, hier ist eine, die sind ja so klein aus, wo täuscht das? Die sieht aber klein aus, ne? Soll aber eine Straßenlampe sein, das ist auch eine Straßenlaterne, okay, das ist eine doppelte, die sehen ja alle so klein aus, oder? Ich muss mir wirklich mal gucken, ob ich noch welche, ja, wo wäre ich neben, so, ach nee, das ist eine vierte, ach so, da könnte ich gleich beide Straßenseiten machen, das einzige wäre das hier, aber kann mir nicht vorstellen, dass das die Straße ausleuchtet, hier, die kannst du so für Dorfstraßen nehmen, das gefällt mir nicht, ich mach mit meinen Bäumen hier mal kurz weiter, beziehungsweise mit meiner Grünfläche hier, auch mit meiner Grünfläche hier mal kurz weiter, auch mit meiner Grünfläche hier mal kurz weiter, Ganz konzentriert so. Ihr seht, man muss Geduld haben für das Spiel. Das ist ja diese Herausforderung hier. Neben liegt das nicht. Ist nicht wie bei Fortnite, wo nach 15 Minuten das Spiel zu Ende ist. Eine Partie, meine ich. Moin Moin, denkst nix, kann nix. Das ist aber nett, danke, dass du nebenbei den Stream laufen lässt. Mag sein, vielleicht ein Shooter-Spiel spannender ist oder Fußballspiel. Aber da haben wir ja unseren Pity Gaming, Fußball und das andere alles macht und ich mach das hier. Aber vielleicht kommt er mal dazu und hilft mir hier bei Landschaftssimulator. Dann kann er mal seine Fahrkünste zeigen. So wie bei GTA zum Beispiel, da ist er auch immer wunderbar gefahren. Fast kein Unfall, aber nur fast. Haben wir ja gestern gesehen. So, ich werde den Baum noch setzen, dann noch einen Baum setzen und dann werde ich mal kurz in die Pause gehen. Dann noch einen guten Abend für die Leute, die noch hier reingekommen sind. Und ich sehe gerade, Elbe habe ich, sehr nett von euch, schöne Baumallee. Sehr schön. Guck mal ein bisschen ran. Wie viele Bäume habe ich gepflanzt? Ich weiß es, ich habe gerade gezählt. Eine Schätzung. Wie viele Bäume sind das schon? Man kann jetzt sagen, viele. So, dann wollen wir weitermachen hier. Warte nicht mehr, weil da ein Baum steht. So langsam. So, jetzt könnt ihr hier wieder drehen. Oh, ist ja weg. 1, 2, 3. Ja. Das war ja klar von Pitti, ne? Ja, ein bisschen ausbessern. Ja, man kriegt das nicht so schön gerade hin. Leider. Oder da gibt es noch einen Trick. So. Bis dahin erstmal. So, jetzt könnte zählen. Aber es nimmt schon Gestalt an. Das sieht schon sehr schön aus. Ne, noch die Feinarbeiten. Ich sage es euch. 14 sind das bis jetzt. Nein, nein, nein. Warte, was mache ich denn? Ganz in Ruhe. Wobei ich jetzt auch ganz in Ruhe arbeite. Kein Stress. Keine Hektik. Bin ich ja noch gerade beim Überleben? Ob man eigentlich nicht? Na, die können rumfahren, wenn sie da auf die anderen Seite wollen. Das müsste ich jetzt noch mit zweite Spur machen. Und links abbiegen, rechts abbiegen. Nahe mache ich. Die können einmal rumfahren. So viel Zeit muss denn sein. Oder zwischen die Bäume durchfahren wir dazwischen. Wenn sie durchpassen. Das kann man ja auch. Wir müssen Geld sparen. Also Straßen keine zusätzlichen Abbiegespuren. Nein, machen wir nicht. Und wenn kann ich das immer noch machen. Dann zwischendurch mal noch eine kleine Info. Morgen ist wieder der Pity Gaming Live. Ich schätze mal auch 21 Uhr. Mit was weiß ich jetzt nicht. Steht aber in seinem Kalender. Da kann man sich erkundigen. 2200 kostet ein Baum. Na toll. Und das sieht doch nicht schlecht aus. Wahnsinn. Ja, das werden wir nochmal umsetzen. Das gefällt mir nicht. Das ist mir zu dicht. Sehr schön. Ach, spontan, ok. Und damit möchte ich dann meinen Stream erstmal beenden. Ich sage euch allen Danke. Es geht weiter. Ich werde es ein, zwei Tage vorher ankündigen. Im Kalender. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. So, und wir sehen uns. Achso, ich bin jetzt nochmal auf TikTok drauf. Mit dem Dirk und mit dem Paul. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch noch aufkommen. Bis dahin sage ich erstmal Ciao Ciao. Dann gehe ich duschen. Na dann viel Spaß. Okay. Also bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020